Nananana Oh ah 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 weißt du dass das super gruselig ist? Was ist super gruselig? das lied 64 6 So, ich gehe jetzt mal auf den Server Und schalte euch mal die volle Auflösung frei für technische Säure Damit ihr technische Säure in vollen Zügen genießen könnt Genau, das ist aber meine Rede Echt? Na, mein Spruch ist das Das ist der Hammer Das ist nicht mein Spruch Ich greifte mir jetzt mal eine Scheifel Das ist schön Ja, finde ich auch So, ich crafte jetzt diese komische Schienenscheiße hier hinten weiter So, meine Damen und Herren Ich möchte einmal eine Umfrage starten für technische Säure Wenn Sie eine Idee haben, was man für diese wundervolle Serie für eine Hintergrundmusik benutzen kann Dann schreiben Sie mir das doch mal bitte in die Kommentare Weil das wird dann ab Folge 100 jeden Tag in den Folgen zu hören sein Danke Ach du Scheiße Ich halte sie jetzt schon hier aus Ein Kommentar genügt Und Sie werden gebannt Sie werden gebannt So, ich werde das dann auch hier live laufen lassen Dass Cordmo auch gleich in der Hoffmusik hat Nein Das möchte Cordmo nicht Ähm, pass auf Dein Bahnhof, ne Den du da hast Wo mein Zug nicht durchdonnern soll Mhm Wir haben jetzt zwei Varianten Entweder Und die fände ich geiler, die Variante Es ist eigentlich alles scheiße Weil so eine riesige Brücke bei deinem Haus vorbeizubauen Ist halt schon geil, ne Wait, what? Naja, wenn du willst, dass Guck mal, guck mal, guck mal Flieg mir mal hinterher Wenn du willst, dass dein Zug Durch einen Bahnhof fährt Hast du die Möglichkeit Entweder Er fährt gerade hier durch Ja Mhm Dann musst du deine Baumfarm halt verschieben Woanders hinbauen Abbauen Schöner bauen Und er würde genau auf deiner Insel durchbrettern Oder Wie du das ja willst Er würde durch dein hässliches Gebilde an Bahnhof hier versuchen Durchzufahren Würde dann hier hinten Durchfahren Und du müsstest den Teil der Insel opfern Eigentlich komplett Deswegen bin ich dafür Nee, den fährt er da nicht durch Ja, dann baust du deinen Baumfarm dann irgendwann mal ab Nö Doch Bauen halt ganz außenrum Ich baue hier gar nichts außenrum Das ist aber auch mein Start, okay Das ist ein Zug Ah, Hexel Ist immer noch mein Start Was? Das ist mein Start Mein Start? Du kannst dich geehrt fühlen Dass ein Zug überhaupt Durch deine Scheiße hier fahren will Ja Das war jetzt beleidigend Ja Absicht So Können wir bitte schlafen gehen? Ich werde ja schon wieder Alter Ich habe ja Ah, mein Akkorn Ich muss dann das blickenblicken Skelett hier beiseite schaffen Ja, ich muss eh noch nach Hause fliegen Und in der Ghetto Creeper Ah, mein Akkorn Noch ein Creeper Und ein Skelett Und ich verpiss mich hier Tschüss Nein Meine Leertaste ging gerade nicht In der Ghetto Noch ein Skelett Ah, mein Akkorn, Alter Dankeschön Wenn wir schon gleich mal hier sind Und das ist mein Stichwort Ihr habt schon keinen Bock mehr auf diesen ganzen Schienenscheißen Mal irgendwann mal offline So, ähm Das auch alles weg hier Alter, meine Tastatur verabschiedet sich gerade Schon wieder Das ist schön Das ist sehr schön Alter, diese Kacke hier Ne Diese Kacke hier Ich werde hier irgendwann mal hier So aus dem Fenster schmeißen Mach ein Video draus Deine Tastatur? Ja Kannst du bitte erst mit einem Aus dem Fenster schmeißen Und dann mit einem Hammer draufschlagen? Nein Ich will die ja nachher noch benutzen Okay, aber mach bitte ein Video Wie du es aus dem Fenster schmeißt Und dann aufs Schwäbisch Die du richtig aufregst Und er hinterher schreist Und die dann bei deinem Nachbarn im Garten hängt Und dann kommt da unser Lieblings-Schwarbe vorbei Ja Und dann dabbt er ein bisschen Den Helikopter-Dab Ähm Was wollte ich jetzt machen? Ähm Wegfocken Okay Ne, ähm Ich kümmer mich jetzt um Kein Kommentar Kein Kommentar Okay Sie schreiben bitte kein Kommentar Oh Oh ja Looks like Daniel Passt jetzt besser zur Stimmung Oh Mich erstmal in diesen Stuhl legen Dass ich nur noch In einer Stirn zu sehen bin Jetzt bin ich bereit Für Daniel Technische Teure Ja Geil Daniel ist driving tonight on the plane Ich denke immer noch an Daniel bei dem Lied Was wir mal wieder brauchen Wie in Technische Säure 2 Wir müssen nach München fahren Und einen Flock aufnehmen Bitte nicht München Ähm Also als erstes brauchen wir mal Eistee Weil sonst funktioniert das nicht Der Müdigkeit Und zweitens Weißt du worauf ich Bock habe? Ja Weiß ich Wollen wir Einmal ein Gemeinschaftsprojekt wieder bauen Wie in den guten alten TS2 Zeiten Ein Dänse mit der Gänse Portal mit in der Hölle Du bist gut Du hast mir genau das verstanden was ich wollte Nee aber dieses Dann nur Dann nur In dem Loch unten drinnen Naja eigentlich wollte ich da erstmal fetten Zugstrecken Und überall im Nähter bauen Und das alles Achso man kann das ja nicht wegspringen Von Gast Also geht das eigentlich Ja lass machen Kommst du mit im Nähter Räum mal deinen Inventor auf Und dann Daniel my brother You are Older than me Do you still feel the same Pain Scheiße Your eyes have died Legends never die Nothing is all In the favor of the skies God it looks like Daniel Ich komme schon Moment ich schlatt da nochmal meine Die Fox like Angela Merkel Angela Merkel Weißt du worauf ich jetzt Erstmal richtig Bock habe Ja Dir eine Pfanne an den Kopf So und deswegen habe ich gerade Eine Pfanne gecraftet Moment Ach stimmt weil du das Letztens gefragt hast Ja es gibt einen Schraubenzieher In diesem Spiel Was wollte ich mit dem Auch irgendwelche Sachen An der Wand hochfahren Wie in Ulm Wie der Typ in Ulm Achso Der hat aber eine Bohrmaschine gehabt Ja meine ich doch Ach Oh fuck Na toll alter Ich habe schon wieder die Homos angegriffen Daniel Die Bauern Ich habe die Bauern wieder angegriffen Hier eine Schaufel Ich brauche keine Schaufel Hier Pfanne an den Kopf Hast du mir jetzt echt nicht mit einer Pfanne geschlagen Hier Pfanne Oh mein Gott Hier ich schenke dir die Pfanne sogar Ey geil die brauche ich Aber die habe ich Das ist eine Soßen Eine Soßenpfanne Das ist eine Die tut nämlich mehr weh als normale Pfannen Wenn man die gegen den Kopf schlägt Das ist doch klar Das weiß doch jeder So wir bauen uns jetzt erstmal hier unten bis auf Höhe 0 oder Was ist denn Ich habe das Loch gerade nicht gesehen Welches Schatz hier He looks like fuck you Alessia ey Alessia ey was Ich würde sagen wir machen das auf Höhe Sieben Siebzehn Sieben Wir bauen uns jetzt erstmal ganz runter Was ist das eigentlich hier für ein Block Ardite Ohr Lecker Was? Oh fuck Da 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 Oh fuck Hab extra nix gesagt Let's singen The blues So goodbye Yellow blue road Good goodbye Was machen wir hier eigentlich gerade Den Nähter Aus Höhen What the fuck Weißt du was das für Höhen sind die wir hier bedingsen Bestücken Alter das sieht voll geil aus hier unten Ich nehme mal das Glowstone mit Wenn ich das nicht hört Mich hat da so ein Wichser angegriffen Alter My future lives Beyond Oh mein Gott das wird close Miroslav Danke für die Level Genau And you fuck to like Daniel Äh scheiße Oh nein Oh nein Was Wie Kommst du da jetzt wieder runter Habe ich da jetzt wieder runter Haben deine Angel Wings keinen Soulbound Nein Warum nicht Weil das so übel teuer ist Oh geil Aber gut dass du es sagst Weil wenn ich da jetzt gleich unten bin Werde ich mir erstmal Soulbound craften Nimm doch nen Wham Glider Zu spät Der Wham Glider ist leider nicht da Weil wir noch keinen Weihnachten haben Wie viele haben diesen Witz gerade verstanden Ich hab ihn nicht verstanden Der Wham Glider Ach der Wham Glider Weil noch nicht Weihnachten ist Ja fuck alter Ja aber George Michael Wie soll ich da jetzt runterkommen Leben So Wenn du mich schubst Ist das dein scheiß Ernst Ist das dein scheiß Ernst Das ist aber verdient What Man kommt schon vom Spawn bis zu dir Und Bis zu mir Stimmt Das stimmt Man kommt ja schon vom Spawn zu mir Mit Banschien Nahen Schien Ja aber bei dir muss man noch ziemlich viel laufen Bis man Wenn man die Bahnschien genommen hat Ja Bei mir nicht wirklich Bei mir kann man die Bahnen wirklich benutzen Find ich ja geil dass hier so ne Braune Cobblestone Kacke Bei Dragonflymer vorbeiläuft hier Braune Cobblestone Kacke Braungeschissener Cobblestone hast du hier lang gelebt Du meinst orange Dann kackst du halt orange Kickt by an Operator Kannst du jetzt bitte gehen Nein Nein Taddeus Saturday 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 Was wollte ich hier? Ach egal Mal Moment mal Nein Verpiss euch Ihr blöden Skelett Was solltet ihr blöden? Danke, dass du Sachen von mir einsammelst. Hab ich nicht. Hast du? Nein. Musst du? Hier, ich kann mein Inventar gerne leermachen. Ich hab doch gerade gehört, wie du Sachen eingesammelt hast. Ich hab nichts eingesammelt. Und vielleicht hast du das in die Lava geschmissen. Das kann nicht sein. Kann wir jetzt bitte weitermachen? Ich mach schon lange weiter. Hier wird halt dann die übelsten Bahnstrecken werden hier lang gehen, ne? Okay. Dö, dö, dö. Wo fliegst du hin? Hier hoch. The fuck? Jetzt muss ich mal eben ans Handy gehen. Nein, musst du nicht. So doch. Jetzt mal. Alter. Den Scheiß mit dem Handy wollten wir auch lassen. Jetzt haben wir den TS3 auch nicht gemacht. Äh, 2. Fuck. Ja, geil, ne? Was? Äh, in der Deutschgruppe bei uns. Schreibt gerade einer. Hat jemand die Hausaufgaben gemacht? Kommt die Antwort. Ja, ich. Hausaufgaben sollte man immer erledigen. Äh. Da hat nicht wirklich jemand geschrieben. Hausaufgaben sollte man immer erledigen. Ja. Ähm. Warum ist hier oben überall blaues Glas? Wawa wawa wawa. Wo? Äh, wo? Warum ist da oben überall blaues Glas? Wo denn? Du weißt wo. Nein. da oben bei der öffnung wo es in raus geht wo es raus geht da ja bist du kernbehindert hier ist doch überall blaues glas hier wo denn hier wo ist hier wo bist du guck doch mal wo ich bin hier unten ja hier ist ein loch hier hier da ist nichts alles lüg mich nicht an hier ist nicht da ist überall okay wenn da nichts ist kannst du ja durchlaufen ja hier fängt das netherrack an das ist blaues glas nein doch warte ich kann das abbauen guck hier blaues moment geh mal weg da geh mal weg da bitte habe ich netherrack im inventar ja nee hast du gerade rausgeschmissen echt jetzt hast du blaues glas eingesetzt moment du siehst da also netherrack ja von mir hast du halt blaues glas in der hand echt du platzierst da auch gerade blaues glas nein das ist netherrack nein das ist blaues glas nein du dich schick mir einen snap okay ich schick dir einen snap moment hast du hier mit der lava eigentlich die ganze zeit oh mein gott so bitteschön mein sohn mein sohn so wenn ihr den snap sehen wollt dann guckt morgen vorbei bei technische säure 3 auf wiedersehen auf wiedersehen tschüss jetzt sollte ich vielleicht erst die folge beenden dann mein handy nehmen ja 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 ja